Das ist doch gar nicht wahr. Ich war doch gerade dabei, du hast ganz klar gezögert. Das meine ich auch. Ihr wollt also sagen, dass das alles meine Schuld ist, ja? Aber ich kann Abraxas nicht besiegen. Doch, Prue, du kannst es. Du willst nur nicht. Irgendetwas hält dich davon ab, aber anstatt dich dieser Sache zu stellen, läufst du ständig einfach nur vor ihr davon. Phoebe... Aber das kannst du nicht immer machen. Du musst herausfinden, was dein Problem ist, denn wenn du das nicht tust, werden wir alle sterben. Ja genau, Phoebe, wie immer muss ich die Verantwortung tragen. Ich die Älteste, die immer für alles eine Lösung finden kann. Wenn das wirklich so wäre, wieso habe ich dann Andy nicht retten können? Wenn ich angeblich über so große Mächte verfüge, warum muss der dann sterben? Oh mein Gott, versteht ihr denn nicht? Andy starb nur meinetwegen. Auch wenn er sagt, es war nicht meine Schuld, ich bin dafür verantwortlich. Warum soll ich noch weiter eine Hexe sein, wenn ich nicht die beschützen kann, die mir wichtig sind? Sag das nicht. Brut.